Und hallo und herzlich willkommen, oh, entschuldigung, und hallo und herzlich willkommen, willkommen zu einer weiteren Folge Minecraft Live in den Woods. Jetzt sind wir gerade in den Woods und wollten zu den zwei Dörfern da, wo wir die, ähm, äh, nicht das. So, da wollen wir auch noch was von mitnehmen. Ist das Mosobambo oder was ist das hier? Hm, zumindest läuft das flüssig. Mosobam, ja, okay, dann haben wir den halt. What's all it? Okay, da bricht sich jetzt auch keiner bei einem ab, ne? Raub ich mal, weiß ich nicht. Wieder in die falsche Richtung. Ja, lang müssen wir. Ich glaub, gleich sind wir aus dem Wald raus, der hier so stark ruckelt. Und dann, darum will ich dem PC auch nicht zumuten, dass ich noch ein paar Addons, äh, ach, paar Mods noch dazu, äh, lade. Weil, weil die dann manchmal, weil der dann manchmal denkt, ähm, ach hier, haben wir den schon? Ja. Ja, ein bisschen dran. Ne, den haben wir noch nicht. Nutzbaum, äh, Bambus. Gut, der sieht, der sieht gut aus. Gut, sehr gut. Und ja, so abgeschlagen. Aber ist keine gute Idee, hier runter zu kommen, ne? Naja, wir kommen auch schon wieder, wir kommen ja auch irgends wieder hoch, äh, irgends wie wieder hier hoch, so. Sollte mal was essen, ne? Er, wir kommen ja auch immer. Ähm. Verkantlich sind ja manche Männer Total wehleidig oder fast alle Ich weiß es nicht Auf jeden Fall wenn ich nicht so Kann ich von mir sagen Weiß ich Sonst würde ich ja nicht sagen Wenn es nicht so wäre Natürlich könnte ich auch lügen Aber mache ich aber nicht Den immer total wehleidig sind Und dann denke ich mir so Wieso ist es denn bei mir nicht so Wenn ihr sagen Was falsch oder keine Ahnung Aber es gibt Ich kenne auch manche Leute die genauso sind Die auch nicht Da weiß ich die ganze Zeit Rom jammern Ja mir geht es ja schlecht Und tralala Und hopps das Na ja Jetzt zum Beispiel Jetzt nochmal so ein Beispiel Sagen wir mal Du wirst jetzt Wirst jetzt ein paar Stunden am Tag Nichts trinken Wieso auch immer Also natürlich Gibt es das ja Dass man nicht trinken muss Weil man keinen Durst hat Aber sobald man Durst hat Ist man ja schon fast am Vertrinken So heißt es ja Wie auch immer Auf jeden Fall Wenn man nicht genug Genügend trinkt Dann wird Ist ja Irgend Ist es ja so Dass man dann Nierenschmerzen hat Gut Wenn man das nicht kennt Natürlich denkt man sich Wunders was hier ist Und wunders was Wieso Mir alles wehtut Na Marmor Aber der falsche Marmor Dann tun wir kurz mal das Bett hier hinmachen Hinsetzen So Und schlafen Mal ein bisschen Jetzt sind wir hier schon fast zwei Folgen Am hinlaufen Aber naja Das gehört dazu Da hat man letztes Mal auch schon Dahin gelaufen Aber Naja Wir haben auch was anderes gemacht Wir haben angepflanzt Und Wir haben mit dem Kloster Guckt Was wir da machen können Ne Also kann man jetzt nicht sagen Dass ich hier immer Nur das gleiche mache So Ähm Ich mein Wir haben ja letztes Mal schon genügend gebaut Dann können wir ja jetzt auch mal ein bisschen hier rum Äh Rumvegetieren Ja Wir gehen auf jeden Fall schon mal richtig Das ist ja gut Das ist ja sehr gut Ne Gleich sollte ich mich mal baden Rasieren und so Das wäre Also stimmt das wirklich Wenn man jetzt Zum Beispiel Die Männer Die wissen ja Die kennen sich ja da bestimmt mit aus Wenn man Nasenahe hat Und die nicht abrasiert Ne Dann Stimmt das Das heißt Dass man da nicht so gut riechen kann Wie sonst Wenn man die halt weggeschnippelt hat Oder so Ich weiß Das gehört ja nicht hin Das ist auch total eklig Aber Ist halt mal so eine Frage Die man mal so stellen kann Na ja Gleich Wird gekocht Was gibt's denn heute leckeres Irgendwas mit Fisch Naja Okay Das Da will ich Das will ich heute Heute esse ich kein Fisch Besonders bei dem Wetter Habe ich ein bisschen Angst davor Natürlich wenn er frisch ist Oder wenn er gerade aus Etilfgetroh kommt Oder Aber jetzt draußen In so Theken Die direkt in die Sonne rum Existieren Da würde ich das nicht machen Außer jetzt hier Bei uns in der Nähe Hier in Köln Da gibt's ja Die Kölner Karten In Kalk Und dann gibt's halt da auch So ein Nordsee Aber der ist ja unten So die Unterste Etage Und Ja Da denke ich mal Da kommt ja nicht so viel Licht hin Und wenn die da gut kühlen Dann kann man das ja essen Wenn man Hunger jetzt da drauf hat Natürlich Und Ich esse zwar nicht gerne Fisch Ich esse aber auch keine gerne Nicht so gerne Fischstäbchen Ja ich weiß Jetzt werde ich verprügelt In den Kommentaren Aber 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 Ja ich weiß So Aber so Was ich jetzt hier Rotbarsch Kabeljau So was er sich gerne Halt nicht Ich muss das jetzt nicht Jede Woche haben Jede Woche Um die gleich Gleichen Tag Immer zum Mittagessen Nicht unbedingt So zwischen So ab und zu Mal einmal Zweimal Im Monat Vielleicht Mittlerweile haben wir hier fast alles Kalenberries Haben wir jetzt Ähm Wieder neu Kaktusfrut Haben wir jetzt Hatten wir zwar schon glaube ich gehabt Bin mir nicht mal ganz so sicher Wir haben auch Irgendwelche dunkle Erde Wie heißt Wie heißt die Lomi Ein bisschen dunkler ist Ja unter Umständen schon Vielleicht Gleich sind wir auf jeden Fall Schon bei Beim ersten Äh Hier sind Hunde Haben wir Knochen dabei Außer wir natürlich Wir könnten mal Wenn wir ja schon so weit weg sind Könnten wir auch mal ein paar Monster einstellen Hoffentlich sind jetzt hier keine Piranhas oder Haier drin Dann Naja Würde ich mich zwar erschrecken Aber so schlimm wäre es ja dann auch nicht Außer bei Creepern Die sind natürlich ätzend Ne Versteht man ja Wie ich ja schon vor ein paar Folgen gesagt habe Würde ich vielleicht mal den Mops 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 Was haben wir denn da? Warte, da ist auch schon mal sowas ähnliches. So, was haben wir hier? Erstmal was essen und dann gucken wir mal. Bleibrettige Spielbestrauch. Ne, ich hatte gedacht, das wäre Minze gewesen oder sowas, weil ich das schon mal gesehen habe. Das sieht ungefähr genauso aus, aber... Naja, was soll doch nicht. So, gehen wir jetzt noch in die richtige Richtung. Ja, bis gleich müssen wir das irgendwann mal das erste Dorf erreichen. Ja, bald kommt auch eine geile... Ich denke mal schon, ja... Wenn die Folge... Doch, wenn die Folge kommt, dann kommt auch eine gute Folge von Witcher. Die erste zensierte Folge. Also, soweit es geht, ne. Für den einen oder anderen habe ich da... Was... Naja, seht ihr ja dann. Wieso soll ich da was verraten? Ist einfach eine zensierte Folge. Aus gewissen Gründen. Das ist die Folge 39. Aber ich glaube, das dauert noch... Also, ich glaube, wenn die jetzt hier raus ist, ja dann schon, aber... Für mich jetzt dauert das noch lange, bis es dort hin... Bis es... Ach... Bis dort hin. So. Was hat man denn da auf der Karte... Ja. Was hat man denn auf der Karte markiert, was ist hier? Bananarame habe ich hier markiert. Also gibt es hier die Bananenstarde. Ist klar, da müssen wir jetzt den gucken. Warte mal, wir müssen ein bisschen rein sogen, damit ich hier nicht... Natürlich haben die ihr Dorfdreckchen neben den großen Bäumen aufgestellt. Guck mal, wie viel Kühe hier sind. Schon ein bisschen interessant. So. Wo ist der liebe Junge? Hat mir den eingeschlossen? Ich weiß es dem ganzen genau, ich glaube nicht. Ha. Ha. Ja, wie bist du denn? Ja. Hallo, bleib doch mal stehen. Hallo. Was denn hast du... Was hast du denn so Wichtiges zu tun? Bleib doch mal stehen. Kahnbeeres, Jakob. Verpiesel dich. Nö. Tut mir leid, dich holen wir auch nicht. Wird es hier langsam dunkel? Darum verschwindet die oder einfach nur so aus Jux und Dollerei oder was? Ah, da ist er ja schon. Gut. Dankeschön. So. Danke mit... Äh... Vielen Dank, dass wir... Dass ich mit Ihnen Geschäfte machen konnte. Äh, durfte. Wie auch immer. Dass ich gute Geschäfte mit Ihnen mache. Äh, ja. Du wirst ja schon bescheid. Ich suche hier die richtigen Wörter, aber... So, und jetzt... Jetzt kann man ja die Markierung hier wegnehmen. Ich hatte ja nur hierhin gemacht, damit wir wissen, dass wir da... Die Bananen... Den Bananenbaum bekommen. Wie der dann später aussieht. Das werden wir da... Werden wir ja dann früher oder später sehen. Und hier dann den Baum vorbald... Äh, auch an dem Wald gehen wir mal vorbei. Wenn wir jetzt schon können, dürfen. Aber sollte man auch wissen, ne? Wenn man Karnbeeres hat, dass man den dann in so einen Kompost... Äh... Kompost, ähm... Boden da reinpflanzen muss, ne? Das haben wir ja vor ein paar Folgen... Kennengelernt. Wieso sag ich immer vor ein paar Folgen? Ja, weil es ja vor ein paar Folgen war. Weil ich ja nach jeder Folge abmoderation mache. Vielleicht soll ich mal auch mir das mal angewöhnen oder vielleicht mal ausprobieren. Beim nächsten Mal... Dann in einem Durch aufzunehmen. Vielleicht kommt das ja besser an. Habe ich es jetzt ja noch nie gemacht. So, nach 2000... Äh, nach 1200 und Videos... Soll ich das vielleicht mal ein oder einmal ausprobieren. Dann muss ich mir halt genau die Uhr stellen, wie viele Stunden ich da aufnehmen muss. Muss mir das ausrechnen nochmal. Und dann noch jeden 5 Minuten... Äh, 25 Minuten schneiden, ungefähr. So, vielleicht... Naja, ich muss auch genau gucken, wo ich dann schneide. Wo man manchmal vielleicht ein Spannungsbogen da ist oder so. Wo laufe ich endlich hin. Ich laufe immer weiter von dem Dorf weg, wo wir mal hin müssen. Auf jeden Fall, den mit dem Minze, den hatte ich eingebaut. Äh, ja, weißt du schon. Irgends, wie ist hier auch von der Karte ganz viele Dörfer verzeichnet. Und kein Palast. Was mich natürlich... Ja, Gott. Aber das wird man schon erkennen, da wo der liebe Jungen drin ist. Vielleicht sollten wir gleich mal hier ein Bettchen aufstellen. Vielleicht ist da irgend zu Ihnen gekommen oder so. Ne, p... Ja, komm. Keine Angst. Lass mich doch erstmal gucken, was ihr dabei... Was ihr von mir wollt. Fisch. Neun. Gebratene Fisch. Okay. Naja. Was ist denn hier los? Andele, Andele, Aviva? Oder was? Ja, ich weiß auch nicht. Ich setze hier erstmal das Bett hin und dann... Am nächsten Tag werden wir dann... Achso, ja. Sollte mal schleifen gehen, ne? Wäre nicht ganz so verkehrt, würde ich besagen. Sollte ich mal behaupten. Soll ich mal kurz was trinken. Das muss sein. Für die... Fürs Köpfchen und für die Leber. Und die Nährchen. Am meisten für die Nährchen. Achso, stimmt. Wir haben ja die Monster angemacht. Ich dachte, jetzt ist wie so... Moment, Moment, Moment. Moment, blä, blä, blä. Stimmt. Haben die ja angemacht. Ganz vergessen. Naja. Kann ja nichts passieren. Wo sind die denn jetzt? Hier drin? Hallo? Gut. Cool. Cool. Gut, hoffentlich hat er nicht unseren kaputt gemacht. Dann... Sonst werde ich böse. Ziemlich böse. Ziemlich böse Freunde. Ja. Wir lassen jetzt deinen Freund wieder frei. Aber der... Von dem brauchen wir was. Deswegen haben wir den hier eingebaut. Ja. Was ist denn jetzt hier los? Hallo? 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 Da ist er. Aha. Okay, das war der Pepperminz-Typ. Hat er sich gerade vermehrt, oder was macht er hier? Ja, ist doch gut. Was ist denn los mit euch zwei? Glaub ich euch bei irgendwas erwischt, oder... Keine Ahnung. So. Jetzt haben wir beides aus, was wir wollten. Eigentlich könnte man mal hier weitergehen, oder? Gehen wir mal da einfach weiter. Wenn es zu brenzlig wird, kann ich ja zwischen den Folgen wieder zurückreisen, schnell Reise machen, und dann ist das nicht so schlimm. Seht ja keiner dann. Na, schon alles weggefuttert? Das ist nicht gut. Dann gehen wir mal an den Feldern ein bisschen naschen. Ne? Beispiel hier. Was kann man denn wegwerfen? Das hier kann weg... Den Moser-Bambo-Hammer, wenn wir nicht haben, dann haben wir ihn jetzt. Hat man gehabt, wenn ich... Ja, ich glaube, den Hammer ja. Ist ja egal. Bist ja schon wahrscheinlich. So. So. M, 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 M. Ja. So, müssen wir rauskommen. Hopp. Ich habe die auch was Nachhaftes dabei, statt nur Weizen oder so. Gut. Die Enttäuschung ist gut. Rote Paprika-Hammer. Cabbage. Wieso sind die denn nicht groß, alter? Ja, Brussels Sprout, alles klar. Gut, dann gehen wir mal woanders gucken. Und dann denkt sie hier, so, jetzt kannst du die Leute ein bisschen beklauen, dann sind die Sachen halt nicht gewachsen. Jetzt ja, also, hallo? Was soll das denn hier? Gar kein Service hier. Okay, gut. Gut, gut, gut. Vielleicht haben die ja hier irgendwann mal noch was anderes dabei. Ne, Weizen, super. Da wird es langsam beühten, doch. Gut. Ich glaube mal, dass das da vielleicht ist. Probieren wir jetzt überstudieren, ne? Jo, scheinbar schon. Gut, dann müssen wir leider zurückgehen. Haben wir ja... Hammer jetzt oder Hammer nicht? Oder wie oder was? Oder wo? Nö. Gut. Gut, 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 gut. Welche Richtung müssen wir denn gehen? Müssen wir mal wieder ein bisschen rauszoomen. Ja. Ich hab hier das nie. So, in die Richtung. Ja. Genau da. Aber versuchen wir mal an dem Wald vorbeizugehen. Wenn das geht. Wenn das nicht so langer Umweg ist. Achso, da haben wir ein paar Berry-Böche und alles so. Achso, hier haben wir doch nur eine Kartoffel. Hallo? Hab ich die noch nicht gegessen? Wer bittet den? Hey, wer bittet den? Geht ja, ne? Was ist das hier? Echter Leinen... Leinen... Echtes Leinenkraut. Geht, geht. Wenn man es braucht, ne? Nächste haben wir noch im Hintergrund einen Ventilator. Ich hoffe, dass ich das irgendwie rausfiltern kann. Hat das Geräusch, meine ich jetzt. Also, das Programm macht was für mich, aber... Naja, guck mal mehr. Guck mal mehr. Zum, 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 zum. Zum, 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 zum. auch was haben wir denn so dass im grunde von dem anderen dorf jetzt gedacht das wäre was besonderes aber leider nicht so ich bin gespannt wo man dann irgends wenn man eine banane gefunden hätten wo man dann zum baum draus gemacht hätten ja ich weiß ja meine hose nein diesmal nicht kann mir auch vorstellen wieso die laptop laptops oder keine ahnung ob das so ausgesprochen wird immer so wird denn jetzt immer so warm werden weil man die hände immer die ganze zeit auf dem prozessor und das alles drauf hat ich glaube der eine oder andere gibt auch so ein bisschen körperwärme ab dem eine ja der eine nein das könnte dann schon unter umständen mal den bisschen überhitzt im gegensatz jetzt zu anderen anderen pcs also so tower wie man die nennen glaubt dann wird das nicht alles so stelle weil das nicht so schnell alles heißt außer bestimmten spielen oder so bei einem passiert der dann spiel gespielt und auf einmal ist der ganze pc abgestürzt ja die die wasserkühlung kaputt gegangen ist ist dann kaputt gegangen was denn hier los kommt hier jetzt jung ich will heute noch ankommen oder zumindest in der nächsten folge oder so wenn ich mich nicht umentscheide kommen wir gehen da mal weg so ein bisschen weil ich gerade der wald aufbaut und dann seht ihr ja dann bleibt ab und zu mal das bild stehen dann geht es um dann geht es um ein ja 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 Ich muss gleich mal wieder was essen und vielleicht das Schwert rausholen. Was war denn hier? Der Hund hatte... Das tollwütige Hund. Na ja, ich wollte einfach nicht, dass das Schafter stirbt und deswegen wollte ich mich mal mit den anlegen, aber das war wohl doch keine so gute Idee gewesen. Was kann man denn hier wegwerfen? Das Zeug hier. Das findet man ja immer irgendwo. Ist das irgendwo gelagert? Keine Ahnung. Ich weiß, das ist besonders schlau, gerade wo hier die aggressiven Wölfe und das alles ist, das Schwert wegzutun. Dazu auch mal hier eine Fackel reintun. Ja super, das Ding ist ja taghell, doch. Ich weiß, ich bin ein bisschen pissig, aber... So. Vielleicht wäre man gerade mal, wenn man hier auf dem letzten Loch pfeifen sollte, man ja vielleicht nicht gerade hier aufschwere ich, auf Normalspiegel. Also, vielleicht sehe ich das ja anders, aber seht ihr das ja vielleicht anders, aber ich habe da jetzt nicht so eine Lust drauf, hier in die Pamper zu sterben, wo wir gerade auf dem Rückweg sind. Achso, wir sind ja schon drüber, stimmt. Ja, wir erreichen jetzt nochmal das letzte Ufer, damit ich hier nicht ersaufe, wenn ich hier die Folgen abspeichere. Was haben wir denn hier? Ach, ein Hexenhaus. Ja gut, gut, dass wir auf normal gestellt haben, sonst wäre ich jetzt im Arsch gewesen. Kann man hier mal kurz stehen bleiben? Ja. Dann wünsche ich euch jetzt erstmal viel Spaß mit dieser Folge. Ich bedanke mich fürs Zusehen bis hierhin und bis zum nächsten Mal. Wünscht euch euer Dragon Soul. Ciao. Ciao. Ciao.